Musik 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 Bei irgendwelchen Pausen? Ja bei die Pausen Musik 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 Das war's für heute. Die Panzer sind aber langsam. Okay, also Azemis, kannst du dich schon mal von deinem Platzer verabschieden? Herr Duk, viel Spaß. Was los macht wird schwer. Hauptsache uns passt das. Wo bist du vorbei? Links oder rechts? Ähm, ich will eigentlich außen bleiben. Bin ich der Einzige mit gelben? Oder ich... Gelb wieder Käse. Ja. Boah, das laggt schon. Wow. Aber wer kann da innen reinstechen? Das geht nicht, ne? Hab ich nicht führer gehört? Kann gar nicht sein, jetzt lagst du mit mir gar nicht. Okay, jetzt lagst du. Das ist ne Wünschschatten von mir. Los ist los. Geh raus, Alter. Nein. Entschuldigung. No way. Also da ist kein Internet mehr. Los. Luis? Los. Warte, sich zerstört. Los, wo ist das Leicht? Los. 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 Jetzt. What the fuck? Da hör mal in die Box, weil ich einen kaputten Fahrerflüger habe. Check, so viel aufzeiten wie es geht. Das Team. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, das war das. alles okay diesmal ging es noch was ich früh genug gesehen habe aber so ein schlechtes aber da wf siehst du wie scheiße das ist oh mann oh mann shadow bist du noch da ist okay was war das denn nee das fahr mal weiter so kann ich guck auf das kann ich ein bisschen links raus hören nee das machst du gut kann man den denn übers Tor hauen alter alter what the fuck von wo kommst du fahr du leckst einfach brutal seh das na du bist denn durchgeleckt ich lache als einseit alle hinter dir auf fahrrad 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 Jetzt hast du ihn sehr gut Ha 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 lustig versucht Das war ja auch geil Ja ich weiß Dafür darfst du warten Dafür darfst du warten Zwar ist der Busch Da muss das reden Ey, wenn du Jack irgendwo siehst, halt ihn auf, so viel wie es geht Räuft dich nicht an Ich muss nicht einfach betteln, dann ist das meine Chance Ich muss mal auf Fett und hab Räuft Ich müsste es irgendwie hinbekommen, es nicht zu bekriegen Ich glaube, das wird nichts Shadow, wir sind gleich schnell, was sollen wir machen? Ich versuche mal wegzufahren, ja? Klavuzke, was soll das? Ist das noch eine Runde? Ach ne, du fährst ja noch eine Runde Ja, wenn ihr keinen Fehler macht, hat ihr schon gewonnen Ich habe hier schon mal Unmögliches gegen Jack geschafft Jetzt hinbekommen Gibt es ein Bier aus? Gibt es ein Bier aus?